Was hat dir bisher an dem Ausbildungswochenende am meisten gefallen oder was hat dich auch sehr inspiriert? Am meisten gefallen hat mir, dass man für seine spätere Aufgabe als Trauredner einfach ein tolles Handwerkszeug an die Hand bekommt. Die Ausbilder sind alle unglaublich sympathisch und sprechen halt auch aus eigenen Erfahrungen und dementsprechend hat man hier gleich wirklich die praxisnahe Zusammenführung, sag ich mal, aus einmal den Baustein, was brauche ich einfach, an Grundlage und Handwerkszeug für meine Gespräche und zweitens auch gleich nochmal eine Praxisausführung, weil es zusammengeführt im Seminar ergänzt sich hier wunderbar, sodass man richtig Rüst bekommt, was zu lehnen. Wie würdest du die Atmosphäre hier beschreiben? Die Atmosphäre ist sehr freundschaftlich, sehr lustig, man lernt viele seiner späteren neuen Kollegen schon mal kennen und hat auch immer gleich dann zu, sag ich mal, den Handynummern, wenn man später in einer Gruppe gemeinsam ist, das ist auch das gleiche Gesicht und natürlich auch schon mal ein paar Gleichgesinnte, die sich genauso darauf freuen, wie wir uns zu lehnen. Super, vielen Dank!